Aden ist die viertgrößte Stadt im Jemen mit 568.704 Einwohnern. Von 1967 bis 1990 war sie die Hauptstadt der Demokratischen Volksrepublik Jemen. Am 21. März 2015 wurde Aden von Präsident Abid Raboman Sur Hadi zur Interimshauptstadt Jemins erklärt. Da die Hauptstadt Sana'a von Hadi Rebellen besetzt wurde, Geografie Aden ist eine Hafenstadt am Golf von Aden. Weniger als 200 Kilometer westlich liegt der Beherbe Al-Mandab, die Meerenge, die den Golf von Aden mit dem Roten Meer verbindet. Der älteste Teil der Stadt liegt in einem Vulkankrater und wird daher Kreathe genannt. Der Hafen wird überragt vom 517 Meter hohen Vulkan Jebel Shamsan. Geschichte Aden war schon im 8. Jahrhundert vor Christus unter den antiken Reichen Ausan und Sabah ein bedeutender Handelshafen. Nach einer Zeit des Niedergangs seit dem 3. Jahrhundert erlebte die Stadt seit dem 12. Jahrhundert unter den Ayubiden und Rasoliden wieder einen großen wirtschaftlichen Aufschwung, als sie Umschlagplatz für den Handel zwischen Indien und Ägypten zur Zeit der Ayubiden und Mameluken wurde. Nach Marco Polo sollen in Aden 80.000 Menschen gelebt haben. Im 16. Jahrhundert begann mit der Verlagerung der Handelswege der Niedergang der Stadt. Am 26. Februar 1548 gelang es Piri Reis, das vom portugiesischen König Johann III. besetzte Aden für das Osmanische Reich zu erobern. Bis 1838 war die Einwohnerzahl auf 600 gesunken. Am 16. Januar 1839 eroberte Großbritannien die auf einer Halbinsel gelegene Stadt, die seiner Zeit ein noch unbedeutendes Dorf war. Sie wurde befestigt und zu einem bedeutsamen Kohlen- und Warendepot für Schiffe ausgebaut. Die strategische Bedeutung des Hafens, der mit Einführung der Dampfschifffahrt der einzige Tiefseehafen an der südarabischen Küste war, resultierte aus den Handelsbeziehungen nach Indien. England unterstellte die Stadt der Regierung in Bombay. Seit 1864 erhielt der örtliche Resident jedoch weitgehende Regierungsbefugnisse. Seit Eröffnung des Uskanals im Jahr 1869 stieg die Bedeutung der Stadt, da sich eine wichtige Flottenstation in der Stadt befand, die den Eingang des Roten Meeres hätte blockieren können. Auch als Handelshafen nahm Aden einen großen Aufschwung und war bald der drittgrößte Seehafen seiner Zeit. Am 1. April 1937 wurde die Stadt in den Status einer eigenen Kronkolonie als Kolonie Aden erhoben und aus der britischen Präsidentschaft Bombay in Indien herausgelöst. Zwischen 1963 und 1967 war Aden als Staat Aden Teil der südarabischen Föderation. Die einst große jüdische Gemeinde Adens wurde im Zuge des Pogroms von 1947 vertrieben oder wurde evakuiert. Zwar erlangte Aden mit dem Südjemen 1967 die Unabhängigkeit von Großbritannien und wurde auch Hauptstadt des neuen Staates. Doch wurde im gleichen Jahr durch den Sechstagekrieg der Sußkanal blockiert, wodurch der Hafen von Aden für die internationale Seefahrt an Bedeutung verlor. Als der Sußkanal acht Jahre später wieder geöffnet wurde, hatten andere Hafenstädte die Rolle Adens übernommen. Stadtteile Tawahi ist ein Stadtteil von Aden. Während der britischen Kolonialzeit gedieht Tawahi zum Nobelviertel der Stadt. Zum Viertel gehört auch Stima Poing, ein Kolonialhafen für Passagierschiffe und Tanker. Heute sind in diesem Stadtgebiet die meisten Touristenhotels angesiedelt. Kreta ist der inoffizielle Name eines im Krater eines erloschenen Vulkans gelegenen Stadtteils Adens. Offiziell heißt der Stadtteil Syrah. Dieser Teil der Stadt beherbergt etwa 70.000 Einwohner. In Kreta liegen als historisch bedeutsame Sehenswürdigkeiten aus der himjarischen Zeit die Tawieler Zistern. Ursprünglich wurden 53 Zisternen in den Berg geschlagen und durch ein System von Kanälen untereinander verbunden. Im Laufe der Jahrhunderte verfielen sie großteils und füllten sich mit Schutt und Abfällen. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden sie auf Veranlassung britischer Kolonialbeamter teilweise wiederhergestellt. So dass heute 17 Zisternen das Regenwasser von bis zu 100.000 Kubikmeter aus dem Shemsan-Gebirgs-Massiv sammeln können. Weitere Stadtteile sind Muala und Kormaxa mit dem Flughafen Aden sowie das schnell expandierende Schäker H. Uthman. Terrorismus in Aden Beim Pogrom von Aden 1947 wurde die historische Schild des Abraham-Synagoge zerstört. Während der Entführung des Flugzeugs Landshut, die am 13. Oktober 1977 begann, war Aden der vorletzte Zwischenstopp der Entführer. Weil die Regierung Aden jegliche Interaktion mit Terroristen ablehnte, anders als es die Entführer planten, wurde die Startbahn durch die Regierung blockiert. Da die Landshut nur noch Treibstoff für 20 Minuten Flug hatte, waren die Piloten gezwungen, neben der Startbahn im Sand zu landen. Am 12. Oktober 2000 machte der Zerstörer USS Goal im Hafen von Aden fest, um dort zu bunkern. Als er Treibstoff unweit der Anlegestellen aufnahm, nahm am Spätvormittag ein sprengstoffbeladenes Bootkurs auf den Zerstörer und detonierte mit Schiffs auf Höhe der Maschinenräume und der Messe. Dadurch wurde ein rund 9x12 Meter großes Loch in den Rumpf gerissen. 17 Angehörige der US-Navy kamen durch den Anschlag ums Leben, 39 weitere wurden verletzt. Söhne und Töchter der Stadt Mukesh Ambani, indischer Unternehmer Claude Mores, britischer Europaabgeordneter Eddie Isat, britischer Komödiant und Schauspieler Klimatabelle Untertitelung des Zerstörers